Willst du meinen Saademann sein? Was machst du denn da auf? Was blockst du mich denn? So, machst du was Planted? Sehr gut, Plant liegt. Ah, ne noch nicht. Gleich liegt der Plant. Auf A, auf A. Den ersten Schuss hab ich auf Lasse gesetzt. Da hab ich mich rüber gedreht, hab Kulle gesehen, hab dem erstmal einen Hader verpasst und hab nochmal einen Lasse verpasst. Der Letzte hat 20 HP. 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 Ich hab mal deinen Saad gesetzt. Das ist so B, ne? Alle laufen weg. Er kann einfach durchlaufen. Er nimmt schon die Bombe schon 5 Sekunden da vorne Hand und blendet einfach. Ey, ne, Hilfe. Auf dem Ganzen der Lege braucht du uns zu rassen. Oh, ey. Ganz ehrlich, dieser Typ ist mein Endgegner, Mann. Ist das dumm.